Freundinnen und Freunde der Astrologie, diesen Monat stellen wir uns eine spannende Frage. Überrascht uns der Kosmos in der Weihnachtszeit mit Geschenken oder müssen wir uns auf weitere Turbulenzen einstellen? Nun haltet euch fest, denn die Planeten stehen dieses Mal ganz besonders. Ich sehe harmonische Verbindungen am Sternenhimmel, die uns Hoffnung machen. Könnte das das Geheimnis für ein friedvolles Weihnachtsfest sein? In diesem Video und Podcast erfahrt ihr, wie die Sterne für uns alle und für euer Sternzeichen stehen. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu diesem Beitrag mit den Konstellationen im Dezember 2023 und diesmal zeichne ich in meinem Sternenstudio in Arizona auf. Für alle, die es nicht erwarten können, hier schon mal der Hinweis, dass ihr die Timecodes für euer Sternzeichen unten in der Videobeschreibung findet. Scrollt dafür bitte bis unter den Horoskope-Shop. Aber vorher gibt es hier noch Weihnachtsgeschenke und wichtige Infos zu den Konstellationen des Monats und natürlich wieder schöne neue astrologische Fantasy-Bilder. Fangen wir mit den Geschenken an. Damit ihr euch was Schönes zum Fest aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau. Die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20% Rabatt. Ich hoffe, da ist für jeden etwas Schönes dabei. Und ich habe auch wieder ein Gewinnspiel für euch. Diesmal verlose ich ein Jahrbuch 2024 mit persönlicher Widmung. Ich habe jetzt leider keins hier, was ich euch zeigen kann, denn bevor die druckfrischen Exemplare kamen, bin ich schon in die USA abgereist. Aber vielleicht habt ihr es schon in meinen vielen Instagram-Stories gesehen. Es sieht jedenfalls richtig gut aus und natürlich stehen da auch mächtig interessante Sachen drin. Ich verlose das Buch unter allen meinen neuen und treuen Abonnentinnen und Abonnenten. Deswegen lasst schon mal ein Abo da und aktiviert das Glöckchen für die Benachrichtigung, dann verpasst ihr in Zukunft kein Video und keinen Livestream mehr. Alles weitere, was ihr zu der Verlosung wissen müsst, erfahrt ihr am Ende dieses Videos im Service-Teil. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann im Januar-Video noch vor Weihnachten bekannt. Im November gab es im Gewinnspiel ein persönliches Geburtshoroskop und die glückliche Gewinnerin ist Petra F. Herzlichen Glückwunsch, liebe Petra, zu deinem Gewinn und zu deinem Enkelchen und danke für deine langjährige Treue. Bitte melde dich bei uns per E-Mail oder auf unserer neuen WhatsApp-Nummer, die du unten eingeblendet siehst und dann geht die Mail mit deinem Gewinn an dich raus. Jetzt wollen wir in die Sterne für den Dezember schauen. Wir starten in den Monat mit der Sonne im Schützen und die ist ein Symbol für die Hoffnung auf die bald kommende Wintersonnenwende, wenn anschließend die Tage wieder länger werden. Der Schütze hat diese Vision im Auge und sieht bereits das Licht am Ende des Tunnels. Begleitet wird die Sonne weiterhin von Mars, der ebenfalls im Schützen steht und gemeinsam geben die beiden uns noch bis Mitte Dezember ordentlich Schwung und Kraft für den Jahresendspurt. Am besten versuchen wir wichtige berufliche Aufgaben und den Jahresabschluss noch bis zum 13. Dezember unter Dach und Fach zu bringen, denn dann wird Merkur rückläufig. Der steht übrigens ab dem 1. Dezember im seriösen Steinbock. Das kann unsere Denkprozesse langsamer und gründlicher machen, aber dafür hat das dann Hand und Fuß, was dabei rauskommt. Außerdem ist Merkur kosmisch gut vernetzt, erst mit dem strukturierten Saturn und dann mit Wohltäter Jupiter und außerdem noch mit der wilden Lilith. Das spricht dafür, dass sich ungewöhnliche Allianzen ergeben und wir offen für originelle Lösungen sind und auch Ideen von Außenseitern sind willkommen. Zusätzlich befindet sich Merkur aktuell und noch bis zum 15. Dezember in einer schönen Verbindung zu Liebesgöttin Venus. Sie steht noch bis zum 4. Dezember sehr angenehm in der Waage. Ein Hinweis darauf, dass wir in vielen Situationen liebevolle und verbindliche Worte finden und uns gern mit Freundinnen und Freunden treffen. Anschließend begibt sich die Liebesgöttin dann in den dunklen Palast des Skorpions und das ist eine große Sache, denn dort steht sie nicht nur sehr sinnlich und leidenschaftlich und mit einer Tendenz zur Eifersucht, sondern sie wird auch spannende Dates haben, nämlich mit Wohltäter Jupiter und Revoluzza Uranus. Das heißt, Liebesglück, aber auch Beziehungsdramen ziehen im Dezember viel Aufmerksamkeit auf sich, trotz aller Weihnachtsvorbereitungen. Venus in Kombination mit Jupiter kann bewirken, dass wir überhöhte Erwartungen hegen. Andererseits ist das auch ein toller Aspekt für finanzielles Glück oder tolle Schnäppchen. Hohe Erwartungen können nämlich auch dazu führen, dass man tatsächlich noch ein wenig mehr herausholen kann als das übliche. Aber die Erwartungen dürfen eben auch nicht zu hoch oder zu unangemessen sein, damit es keine Enttäuschungen gibt. Doch kosmisch gesehen sieht es gut aus. Wahrscheinlich sind am Ende alle zufrieden, sei es in der Liebe oder finanziell. Ihr könnt ja mal zwischen dem 8. und 11. November euer Lottoglück versuchen. Besonders günstig sind diese Aspekte für Stier, Krebs, Skorpion, Steinbock und Fische. In der Nacht zum 13. Dezember um 0.32 Uhr haben wir dann den Neumond im Zeichen Schütze. Es ist ein schöner Neumond der Hoffnung. Er weckt in uns den Wunsch, tatkräftig etwas Gutes zu tun. Die Konstellation aktiviert auch heiler Chiron, der dann zu Vollmond direktläufig wird. Wenn ihr euch also zu Neumond eine Wende in einer Sache wünscht, die der Heilung bedarf, könnte sich zu Vollmond schon eine Verbesserung zeigen. Am Tag des Neumonds wird auch der Merkur rückläufig und zwar während er sich im besten Einvernehmen mit Wohltäter Jupiter befindet. Die beiden bleiben noch verbunden bis zur Wintersonnenwende und das dürfte die Auswirkungen von Merkurs Rückläufigkeit deutlich abmildern. Heißt, wenn wir uns ein bisschen mehr Zeit für unsere Projekte oder Verabredungen nehmen und bewusst darauf achten, Missverständnisse zu vermeiden beziehungsweise tolerant damit umzugehen, werden wir trotz Merkurs Rückläufigkeit gut und vergleichsweise entspannt durch die Weihnachtszeit kommen. Und in den Tagen rund um diesen Neumond dürfte uns Merkur sogar besonders tiefe Einsichten schenken. Vorschläge und Ideen, welche Themen für die einzelnen Sternzeichen von diesem Neumond angeregt werden, gebe ich euch gleich im Sternzeichen teil. Auf dem Weg zur Wintersonnenwende und bis zum Monatsende kommen allerdings auch noch ein paar kosmische Herausforderungen auf uns zu. Die Sonne, unsere Vitalitätsspenderin und später auch Merkur und Mars werden nacheinander Spannungen zu Neptun bilden und das kann uns konfus machen, was unsere Pläne und Vorhaben angeht. Außerdem sind das leider auch Immunschwäche Aspekte. Ich weiß, ihr hört das nicht gern, aber die Planeten warnen einfach davor, sich anzustecken und zwar vor allem im Zusammenhang mit Reisen. Also sowohl wenn ihr selbst verreist, als auch wenn ihr mit Leuten zu tun habt, die von einer Reise zurückkehren, lasst bitte ein bisschen Vorsicht walten und schaut, dass ihr über Weihnachten nicht nur Süßigkeiten und Leckereien futtert, sondern auch frisches Obst und Gemüse und notfalls mit ein paar Vitaminpillen nachhilft. Am ehesten spürt ihr das, wenn ihr das Sternzeichen oder wichtige Horoskoppositionen in den Zeichen Zwillinge, Jungfrau, Schütze oder Fische habt. Am besten ihr stärkt euer Immunsystem gleich in der ersten Monatshälfte durch Sport und Bewegung an der frischen Luft, wenn die Sterne dafür prächtig stehen. Es ist allerdings auch gut möglich, dass ihr sämtliche Vorsichtsmaßnahmen vergesst oder über Bord werft, denn vom 16. bis zum 22. Dezember haben wir eine ziemlich aufregende Phase in der Liebe und die wirkt besonders intensiv in den Zeichen Stier, Löwe, Skorpion oder Wassermann. Die Venus datet in dieser Zeit den spontanen und sprunghaften Uranus. Das kann so manchen plötzlichen Flirt bringen, aber in bestehenden Beziehungen können sich dadurch auch unsere Pläne ganz plötzlich ändern. Vielleicht sagt jemand zu Weihnachten wieder ab oder andere Umstände sorgen dafür, dass wir auf einmal auf Distanz gehen. Auch irrationale Gefühle von Eifersucht sind möglich. Was es auch ist, mein Tipp wäre, dass ihr jetzt nicht aus einem spontanen Gefühl heraus Entscheidungen fürs Leben trefft. Auch finanziell ist das eine heiße Phase, in der sich überraschende Gewinne, vielleicht aber auch einen Verlust ergeben können. Deswegen heißt es Ruhe bewahren und gegebenenfalls auch die 90-Sekunden-Regel anwenden, denn zu Weihnachten wird sich das Blatt wieder zum Guten wenden und Harmonie macht sich breit. Am 22. Dezember haben wir die Wintersonnenwende, auch Jul genannt und damit einen der vier großen Sonnenwendpunkte des Jahres. Das ist in diesem Jahr einen Tag später als üblich, ist ja normalerweise der 21. Dezember und daran merkt ihr schon, dass es wieder mal Zeit ist, ein Schaltjahr einzulegen, um den Kalender anzupassen. Das ist 2024 der Fall und danach rutschen alle Daten wieder um einen Tag nach vorne. Aber dieses Jahr ist es eben am 22. Dezember soweit. In der längsten Nacht des Jahres um 4.27 Uhr haben wir Wintersonnenwende und danach werden die Tage allmählich wieder länger. Das Horoskop der Wintersonnenwende ist ein wichtiges Quartalshoroskop. Das schauen wir uns aber noch mal in einem extra Livestream an. Mit der Wintersonnenwende wechselt die Sonne in den bodenständigen Steinbock und die Steinbock-Saison beginnt. Die Sonne trifft sich dort dann gleich mit Götterbote Merkur und Wohltäter Jupiter und das wird uns dabei helfen, in den ganzen Wirren, die der Tanz von Venus-Uranus auslöst, einen Ausgleich zu schaffen und gelassen zu bleiben. Es hilft bestimmt auch, dass Denkplanet Merkur am 23. Dezember zurück in den Schützen läuft und damit mehr Optimismus, Leichtigkeit und neue Perspektiven in unser Leben bringt. Und zu Weihnachten schenkt uns der Kosmos eine romantische Verbindung zwischen Venus und dem spirituellen Neptun. Das ist toll für die Liebe, den Zusammenhalt und den Glauben an das Gute. Wenn wir uns darauf konzentrieren, können wir ein schönes spirituelles Weihnachten erleben. Es ist auch schön für alle, die ganz in der Stille feiern und sich mit dem Kosmos verbinden möchten. Sie können dann positive Schwingungen für den Frieden in der Welt senden. Zum Jahresende gibt es noch ein weiteres Geschenk vom Kosmos, nämlich einen wunderschönen Vollmond im gefühlvollen Zeichen Krebs in der Nacht zum 27. Dezember. Und an dem Tag wird auch heiler Planet Chiron wieder direktläufig. Das sind sehr unterstützende Energien, die uns dabei helfen, mit unseren Emotionen besser in Einklang und damit in die Heilung zu kommen. Mehr Infos, wie der Vollmond für die einzelnen Sternzeichen wirkt, bekommt ihr gleich im Sternzeichen teil. Ein rauschendes Fest erwartet uns dann zu Silvester. Am 29. Dezember wechselt Venus in das Partyzeichen Schütze. Da stelle ich sie mir als coole DJ vor, die die Silvesterparty rockt. Jedenfalls ist es eine lockere und lustige Venus, die nicht so eine intensive und besitzergreifende Liebe verkörpert wie im Skorpion, sondern eher eine freundschaftliche und abenteuerlustige Form von Liebe. Jedenfalls ist die Konstellation toll zum Feiern mit netten Leuten. Und direkt am 31. Dezember wird der Herrscher der Schützen, Optimist Jupiter, wieder direktläufig. Dann kann die Party steigen. Diese kosmischen Zeichen deute ich so, dass wir trotz allem, was hinter uns liegt, mit Hoffnung und Zuversicht ins neue Jahr starten können. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Dezember und jetzt kommen wir zum Sternzeichen-Teil. Schaut euch das Horoskop für euer Sternzeichen an und ergänzend auch für den Aszendenten und dann lasst es auf euch wirken, womit ihr in Resonanz steht. Auf jeden Fall könnt ihr aus dieser Kombination die bestmöglichen Infos für euch herausholen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mein Monatshoroskop weiter empfehlen und teilen würdet. Nun wünsche ich euch gute Erkenntnisse und wir beginnen wie immer mit den Wittergeborenen und Witter-Ascendenten. Hallo, ihr wundervollen Wittergeborenen und Witter-Ascendenten. Im Dezember kriegt ihr noch richtig viel geschafft. Ab Mitte des Monats darf dann mehr gefeiert werden und euer Fernweh ist geweckt. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp für eure Weihnachtsgeschenke. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau, die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Zu Beginn des Monats warten viele berufliche Aufgaben, die ihr auch sehr erfolgreich meistern könnt. Konzentriert euch hier vor allem auf die Zeit bis zum 13. Dezember. Da kriegt ihr noch richtig viel geschafft und es gelingt euch Vorgesetzte oder auch Kunden und Geschäftspartner zu überzeugen. Eure Finanzsterne sind spektakulär und könnten euch zum Risiko verlocken, durchaus mit der Möglichkeit Gewinne zu erzielen. Allerdings besteht die Gefahr, dass ihr eine Finanzchance oder eine Anschaffung zu positiv seht. Also schaut genau hin. Wenn sie jedoch wirklich gut ist, dann ist auch ein großer Gewinn möglich. Wichtige berufliche und finanzielle Entscheidungen solltet ihr möglichst vor dem 13. Dezember treffen. Deshalb bleibt hoch konzentriert und verzichtet auf zu viel Glühwein und ausschweifende Weihnachtsfeiern. Die Zeit dafür kommt mit dem Neumond am 13. Dezember im Zeichen Schütze. Der weckt garantiert eure Lust auf schöne Unternehmungen und wahrscheinlich auch euer Fernweh. Wenn ihr eine Urlaubsreise zu Weihnachten geplant habt, steigt jetzt die Vorfreude. Allerdings wird der Merkur am selben Tag rückläufig. Deshalb plant bitte für etwas alles mehr Zeit ein und rechnet damit, dass sich Vorhaben nochmal ändern. In der Neumond-Meditation könnt ihr wunderbar Pläne für das neue Jahr machen, zum Beispiel eine Reise oder Fortbildung, die ihr euch wünscht. Was die Liebe angeht, stehen die Sterne für die Festliierten unter euch besonders spannend. Zur Weihnachtszeit könnt ihr näher zusammenrücken und ab dem 4. Dezember weckt Venus im intensiven Skorpion eure Liebeslust. Vielleicht erscheint euch euer Schatz dann aber auch besonders besitzergreifend oder sogar eifersüchtig. Das kann die Erotik durchaus stimulieren, aber ihr müsst darauf achten, dass die Vertrauensbasis stimmt. Hier sind besonders die Tage vor Weihnachten ein bisschen heikel. In der Zeit solltet ihr auf Alleingänge verzichten und alle eure Vorhaben, auch finanzieller Natur, mit eurem Schatz gut absprechen. Vielleicht möchtet ihr euch gegenseitig tolle Überraschungen zu Weihnachten machen, aber das könnte euer Budget strapazieren. Am besten überlegt ihr gemeinsam, in welchem Rahmen ihr dieses Jahr schenken wollt. Und originelle Geschenke müssen nicht teuer sein, wenn man sie zum Beispiel liebevoll selbst kreiert. Die Singles unter euch können durchaus noch Flirts beginnen, aber es kann ein wenig dauern, bis die Sache in Gang kommt. Falls ihr zu Weihnachten verreist, erhöht das die Chance, jemanden kennenzulernen. Ebenso sind auch Begegnungen mit Menschen aus anderen Kulturkreisen vielversprechend. Am 22. Dezember morgens um 4.27 Uhr ist Wintersonnenwende und die Sonne geht in den Steinbock. Sie aktiviert in den kommenden Wochen eure persönlichen Ziele und eure wahre Berufung. Gut möglich, dass ihr darüber trotz Urlaub öfter mal nachdenkt. Empfindet ihr die Weihnachtstradition eher als Verpflichtung? Macht nichts. Die Weihnachtsfeiertage können trotzdem für euch sehr erfüllend sein. Am glücklichsten seid ihr, wenn ihr verreist oder anderweitig aktiv seid, zum Beispiel bei einem Ausflug in den Schnee oder eine Skihalle. Wenn ihr zu Hause bleibt, könnte euch auch ein witziger Spieleabend gefallen. Am 27. Dezember haben wir noch einen wichtigen Vollmond im Krebs. Dann wird heiler Chiron nach langen Monaten bei euch im Zeichen wieder direktläufig. So können sich zu Vollmond Themen der Heilung und Integration zeigen. Wo darf sich etwas für euch zusammenfügen und heil werden? Formuliert diesbezüglich eure Wünsche und sendet sie ans Universum. Oder sendet selbst heilsame Vibes in die Welt. Zum Jahresende weckt der Kosmos euch noch mal richtig auf, denn am 29. Dezember geht Liebesgöttin Venus in den Schützen und schenkt euch ein Liebeshighlight bis zum 22. Januar des neuen Jahres. Die Singles beginnen vielleicht noch ganz unerwartet einen Flirt zum Jahresende. Auf jeden Fall sieht es nach einer schönen Feier mit netten Leuten aus. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Der letzte Monat des Jahres bringt euch super Flirt-Energie und egal ob Single oder liiert, auf den Weihnachtsmärkten und Festen knistert und funkelt nicht nur die Beleuchtung. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich hier noch einen Tipp, wenn ihr auf der Suche nach einem kosmischen Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten oder für euch selbst seid. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau, die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Die erste Monatshälfte ist ideal für euch, wenn es um Geschäftsreisen oder wichtige Präsentationen geht. Falls ihr einen Vortrag halten sollt, macht es, wenn möglich, zwischen dem 1. und dem 13. Dezember. So lange steht Denkplanet Merkur super günstig für euch. Ab dem 4. und bis zum 29. Dezember habt ihr eure sehr prickelnde und aufregende Zeit für die Liebe und alle anderen wichtigen Beziehungen in eurem Leben. Liebesgöttin Venus wandert in euer Partnerhaus in den Skorpion, den mystischen Skorpion und sorgt fast den ganzen Monat über für sexy Vibes. Falls ihr Single seid und gerade auf der Suche, solltet ihr die Zeit auf jeden Fall zum Daten nutzen und alle Festliierten werden wahrscheinlich einen besonders erotischen Advent verbringen. Aber auch in anderen wichtigen Beziehungen wie sehr engen Freundschaften ist es eine tolle Zeit, um ganz viel Liebe zu teilen und euch an der tiefen Verbundenheit zu euren Herzensmenschen zu erfreuen. Rund um den 10. Dezember solltet ihr aber ein bisschen vorsichtig sein. Da liegt die Gefahr überhöhter Erwartungen in der Luft. Der Typ mit dem tollen Datingprofil entpuppt sich dann vielleicht doch eher als große Luftnummer. Falls ihr euch nach mehr Tiefe und mehr Verbindlichkeit sehnt oder wichtige Verträge abzuschließen habt, dann wäre der 13. Dezember hier super geeignet, um an diesem Tag mit Manifestationen zu arbeiten. Da haben wir nämlich den Neumond im Schützen und ihr könntet euch in einer Neumond-Meditation, am besten in der Nacht vom 12. auf den 13. super mit der Visualisierung eures Traumhauses befassen und wie ihr den Kaufvertrag unterschreibt. Merkur wird am gleichen Tag bis Anfang des neuen Jahres rückläufig. Deswegen wäre es gut, alle wichtigen Termine bis dahin abzuarbeiten und den restlichen Monaten keine Verträge zu unterschreiben oder wichtige Entscheidungen zu treffen, die euer Leben vielleicht ändern. In den Tagen nach dem Neumond baut sich eine knisternde Spannung zwischen der sinnlichen Venus und dem nervösen Uranus auf, die eure Nerven und eure Beziehungen unter Spannung setzen könnte. Am intensivsten wird die Wintersonnenwende am 22. Dezember. Vielleicht würdet ihr da am liebsten eure Koffer packen und vor dem ganzen Weihnachtsstress und den Verpflichtungen in Richtung Süden flüchten. Aber eigentlich lässt sich so eine Stiersonne oder ein Stieraszendent nicht so leicht vom Kurs abbringen. Wenn ihr schon gute Pläne gemacht habt, bleibt dabei. Schließlich beginnt mit der Wintersonnenwende auch die Steinbock-Saison und die vernünftige und strukturierte Kraft des Steinbocks stärkt euch dann für vier Wochen den Rücken. Ab dem 23. Dezember entspannt sich die Lage wieder und spätestens am ersten Weihnachtsfeiertag ist die Harmonie wiederhergestellt. Ihr habt allen Grund, eure Weihnachtstage zu genießen. Bevor es Zeit wird für die große Silvestersause, haben wir am 27. Dezember noch den letzten Vollmond des Jahres und zwar im gefühlvollen Krebs. Der verwundete Heiler Chiron wird gleichzeitig direktläufig und für euch können rund um den Vollmond Affirmationen und Gespräche sehr heilsam sein und liebevoll wirken. Dankt euch mal selbst ganz liebevoll für den Weg, den ihr dieses Jahr gegangen seid und gönnt euch etwas Ruhe zwischen den Jahren. Die Neujahrsnacht wird nämlich sicher ziemlich lang und aufregend. In euren Beziehungen kann es kurz vor Silvester plötzlich verbindlicher und tiefer werden. Vielleicht weil ihr den Jahreswechsel mit jemand feiert und sich das schon recht verbindlich anfühlt. Oder jemand packt die Gelegenheit beim Schopf und ihr findet in eurem Sektglas neben den Bläschen einen Verlobungsring. Alles ist möglich, wenn Glücksplanet Jupiter bei euch im Zeichen am 31. Dezember wieder direkt läuft und seine optimistische Energie besonders stark wirkt. Egal wie ihr den Abend verbringt, startet auf jeden Fall mit Freude im Herzen in das neue Jahr. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Romantik und Leidenschaft liegen bei euch weiterhin in der Luft. Beruflich wichtige Termine erledigt ihr am besten in der ersten Monatshälfte. Danach wird euer Herrscher Merkur rückläufig und dann wäre es gut, wenn ihr nichts Kompliziertes mehr zu erledigen hättet. Das und mehr schauen wir uns gleich näher an. Doch vorher habe ich noch einen Weihnachtsgeschenketipp für euch. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau. Die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Das Jahr ist fast zu Ende und in euren Beziehungen ist viel Action geboten. Falls ihr in eurem Liebesleben, aber auch mit euren wichtigen beruflichen Kontakten wie zum Beispiel eurem Chef oder mit engen Freunden noch was in Gang bringen wollt, werdet ihr euch bis Weihnachten richtig motiviert fühlen. Einen verbindlicheren Ton schlägt Kommunikationsplanet Merkur an, der direkt am 1. Dezember in den fokussierten Steinbock wechselt und damit mehr Tiefe und Ernsthaftigkeit in eure Gespräche bringen kann. Auch könnten Themen wie Erbe oder Verträge jetzt auf einmal aufkommen. Falls es hier etwas zu unterschreiben oder zu prüfen gilt, wäre der Tipp der Sterne, solche Angelegenheiten bis zum 12. Dezember abzuhandeln, weil Merkur ab dem 13. rückläufig wird und erst im neuen Jahr wieder direkt läuft. Für alle Singles, die auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft sind, lohnt es sich ab dem 4. Dezember bei der täglichen Fahrt ins Büro oder beim Physiotherapeuten mal die Augen offen zu halten. Liebesgöttin Venus läuft nämlich in den leidenschaftlichen Skorpion und bringt dadurch ein Prickeln in euren Lebensbereich für Gesundheit und Alltag. Aber auch für alle Liierten unter euch ist das eine super sinnliche Zeit. Die findet ihren Höhepunkt zum Neumond in eurem Partnerhaus Schütze am 13. Dezember. Ihr solltet auf jeden Fall eine Meditation oder ein Ritual zum Thema Liebe abhalten, denn davon können wir nie genug haben. Egal ob es um euren festen Schatz, die Suche nach Mr. oder Mrs. Right oder um tolle Freunde geht, Liebe gibt es in vielen Varianten und ihr solltet euch diesem tollen Thema widmen. Am gleichen Tag wird Merkur allerdings auch rückläufig und das könnte für den Rest des Monats zu Problemen mit Verträgen oder Verbindlichkeiten führen. Er läuft am 23. Dezember nochmal zurück in den Schützen, also in euren Partnerbereich und deshalb könnte es Missverständnisse über die Planung der Festtage geben, zum Beispiel wer wann wo sein soll und mit wem ihr euch treffen wollt. Am besten ihr schreibt alle Termine zu den Feiertagen in einen gemeinsamen Kalender, damit auch alle zum richtigen Feiertag bei den richtigen Verwandten auftauchen. Zur Wintersonnenwende am 22. Dezember wechselt die Sonne in den konzentrierten Steinbock und Liebesgöttin Venus hat ein Date mit dem unruhigen Uranus. Da kann es zu Spannungen kommen. So kurz vor den Festtagen habt ihr wahrscheinlich noch alle Hände voll zu tun mit Vorbereitungen und eigentlich steht euch der Sinn nach Ruhe, Rückzug und Entschleunigung. Blockt euch ein paar Stunden im Kalender für euch selbst und versucht euch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ab dem 23. wird die Stimmung dann wieder gelöster. Gerade mit eurem Schatz und euren Lieblingsmenschen verbringt ihr dann lustige Feiertage. Der letzte Vollmond des Jahres findet im gefühlvollen Krebs in der Nacht zum 27. Dezember statt. Am besten ihr verwöhnt euch nach dem vielen Trubel mal einen ganzen Tag so richtig selbst. Lasst euch ein Schaumbad ein und nutzt die Stimmung für ganz viel Selbstliebe und wenn ihr fest liiert seid, darf euer Schatz gerne dazu steigen. Ladet eure Akkus gründlich auf, damit ihr fit für Silvester seid. Denn am 29. wandert Venus in euer Partnerhaus Schütze und verspricht ein grandioses Jahresende mit vielen tollen Begegnungen und Beziehungsenergien. Die Chancen stehen gut, dass ihr mit einem Flirt und Neujahrskuss ins neue Jahr startet, auch weil Jupiter zum Neujahrstag direktläufig wird und seine glücksverheißenden Energien dann besonders stark sind. Also Fortuna persönlich wacht über eure romantischen Beziehungen und auch alle anderen Verbindungen, die wichtig sind in eurem Leben. So startet ihr optimistisch ins neue Jahr. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Bis zur Wintersonnenwende habt ihr wahrscheinlich noch viele Termine und seid sehr eingespannt. Pünktlich zu den Feiertagen beginnt dann eine kuschelige Phase mit eurem persönlichen Beziehungsvollmond. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch einen Tipp für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind oder sich selbst eine Freude machen möchten. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau, die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Für einen fröhlichen und optimistischen Start ins neue Jahr sorgen Liebesgöttin Venus, die am 29. Dezember in den feurigen Schützen wechselt und Glücksplanet Jupiter, der direkt am Silvestertag direktläufig wird. Gut möglich, dass den Singles unter euch jetzt beim Einkaufen oder im Fitnessstudio ein toller Flirtkandidat über den Weg läuft. Und wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid, steht einem innigen gemeinsamen Jahreswechsel nichts im Wege. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr wundervollen Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Im letzten Monat des Jahres unterstützt euch der Kosmos bis zur Wintersonnenwende mit viel Energie und Power. Bestimmt feiert ihr auf vielen Partys, Weihnachtsfeiern und habt Spaß mit euren Kindern und anderen jungen Menschen. Doch der Kosmos schlägt auch andere Töne an. Bevor wir uns das und alle weiteren Tendenzen näher ansehen, habe ich noch einen Tipp für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk brauchen oder sich selbst beschenken wollen. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau, die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Im Dezember habt ihr viel Power und Lust auf private Unternehmungen, aber Denkplanet Merkur wechselt in den ehrgeizigen Steinbock und das könnte euch nochmal eine stressige, aber auch produktive Zeit im Berufsalltag bringen. Bei Vorträgen und Präsentationen seid ihr sehr überzeugend, nutzt das auf jeden Fall für alle Projekte und Themen, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein müssen. Ihr hinterlasst nicht nur einen guten Eindruck, sondern setzt auch den richtigen Kurs für das neue Jahr. Ab dem 4. Dezember haben wir eine sehr leidenschaftliche Dynamik, die richtig unter die Haut gehen kann, wenn Liebesgöttin Venus in den Skorpion wechselt. Das kann euch eine intensive, schöne Erotik bescheren, aber auch Drama, Eifersucht und Stress bringen. Vielleicht auch durch die Dramen eurer Töchter oder anderer Frauen, mit denen ihr zusammenlebt. Günstig ist, dass Venus sich zuerst harmonisch mit dem seriösen Saturn verbindet, was euch dabei helfen wird, Gefühlswellen in konstruktive Bahnen zu lenken. Für erotisches Knistern solltet ihr aber auf jeden Fall sorgen. Damit macht ihr Venus und auch euch selbst am glücklichsten. Ein tolles Date wird also sowieso für alle Löwen und Löwe-Ascendenten zum Pflichtprogramm. Vom 8. bis zum 12. Dezember steht Liebesgöttin Venus dann Jupiter direkt gegenüber und das kann euch kurz vor Jahresende einen richtigen Karriereboost bringen. Ergreift auf jeden Fall noch die Chancen, die sich jetzt bieten, denn ab dem 13. Dezember wird Merkur rückläufig und dann kommt hier im Job Sand ins Getriebe. Dafür erwartet euch am 13. Dezember ein prächtiger Neumond im Schützen mit anregender Marspower, der super günstig für euch steht und eure Sehnsucht nach Spiel, Spaß und fröhlichen Zeiten weckt. In einer Meditation zu Neumond wäre es eine schöne Idee, euer inneres Feuer und eure Herzenswärme zu visualisieren. Konzentriert euch jetzt auf die schönen Seiten des Lebens, das tut euch und auch eurem Umfeld gut. Am 22. Dezember haben wir die Wintersonnenwende und in dieser längsten Nacht des Jahres wechselt die Sonne in den bodenständigen Steinbock und aktiviert für euch in den nächsten Wochen Themen rund um eure Gesundheit und eure Routinen. Das könnt ihr toll an Neujahrsvorsätze koppeln und überlegen, was ihr vielleicht im neuen Jahr eurer Gesundheit zuliebe anders machen möchtet als bisher. Gleichzeitig könnte kurz vor den Feiertagen nochmal eine unerwartete Aufgabe aus dem Büro kommen. Das zerrt an euren Nerven und ihr bringt den Stress womöglich nach Hause und darunter könnten eure privaten Beziehungen leiden. Überlegt euch, wie viel ihr wirklich noch im Job machen müsst. Im Zweifelsfalle ist die Liebe doch wichtiger, oder? Mein Tipp wäre, sprecht mit eurem Schatz. Und wahrscheinlich ist auch alles gar nicht so schlimm. Pünktlich zu Weihnachten entspannt sich die kosmische Lage, ihr bekommt doch noch alles unter einen Hut und die gute Laune kehrt wieder zurück. Zum Jahresende scheint noch einmal der Vollmond im emotionalen Krebs am 27. Dezember und heiler Chiron wird direktläufig. Das könnte euch sehr emotional machen. Versucht, Gefühle liebevoll anzunehmen und nicht wegzudrücken. Vielleicht habt ihr jetzt in der Zeit zwischen den Jahren rund um den Vollmond ein verstärktes Bedürfnis nach Ruhe und Stille, um eure Akkus wieder aufzuladen. Dann tut das auch. Meditiert viel und verbindet euch zu Vollmond mit euren geistigen Führern. Ein rauschendes Fest erwartet uns dann zu Silvester. Am 29. Dezember wechselt Venus in das Partyzeichen Schütze und direkt am 31. wird der Herrscher der Schützen, Optimist Jupiter, wieder direktläufig. Für euch ist das super. Das weckt euer inneres Feuer, macht euch charmant, unwiderstehlich und ich bin mir sicher, ihr seid die Königinnen und Könige der Tanzflächen. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Die Vorweihnachtszeit bringt euch viel mentale Kraft, aber sicher auch viele Termine und Veranstaltungen. Die erste Monatshälfte könnt ihr richtig brillieren. Das und alle weiteren Tendenzen schauen wir uns gleich an, doch vorher habe ich noch einen Tipp für euch, wenn es um eure Geschenkeplanung geht. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau, die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Direkt am 1. Dezember wechselt Denkplanet Merkur in den konzentrierten Steinbock und das ist wie ein Extraschub Energie für eure mentalen Kräfte. Ihr seid in eurem Denken bis Mitte des Monats besonders scharfsinnig und ihr solltet alle wichtigen Termine, gerade in eurem Berufsleben, wenn möglich bis zum 13. Dezember abhalten. Dann wird Merkur nämlich rückläufig und bis zum Jahresende ist die Energie dann nicht mehr so günstig, um Entscheidungen zu treffen oder Abschlüsse zu erreichen. Leidenschaftlich wird es, wenn Venus am 4. Dezember in den tiefschürfenden Skorpion wechselt. Ihr werdet das vor allem in eurer Kommunikation merken, da knistert es dann gewaltig. Alle Liierten unter euch werden sicher ein paar heiße Nachrichten mit dem Lieblingsmenschen austauschen. Und alle Singles, die auf der Suche nach einer neuen Partnerschaft sind, sollten sich auf jeden Fall unter Leute begeben. Auch in der virtuellen Welt auf Dating-Plattformen könnte es jetzt heiß hergehen. Besonders prickelnd wird es um den 10. Dezember rum, da sind Dates sehr aufregend. Die Zeit zwischen dem 10. und dem 12. Dezember wäre übrigens auch eine gute Gelegenheit, um Lotto zu spielen. Direkt am nächsten Tag, am 13. Dezember, haben wir dann den Neumond im Schützen und Kommunikationsplanet Merkur wird rückläufig. Danach ist wahrscheinlich die Luft im öffentlichen Leben so ein bisschen raus und es wird Zeit, sich auf euer Privatleben zu konzentrieren. Falls es zu Hause und gerade vielleicht mit den Männern in eurer Familie ein bisschen anstrengend sein sollte, wäre es eine schöne Idee, euch in einer Meditation zum Neumond mit eurer Familie und der Heilung von Konflikten zu beschäftigen. Visualisiert weißes Licht, das sich beruhigend und verbindend über euer Haus und jedes Familienmitglied legt. Am 22. Dezember ist Wintersonnenwende und die Sonde wandert in den seriösen Steinbock. Er erhaltet dann für die nächsten vier Wochen trotz Winterzeit günstige Vitalenergien. Dennoch kann es sein, dass andere kurz vor Weihnachten nervös und spontan sind und ihre Pläne kurzfristig ändern. Und Mars steht im Stressaspekt zu euch. Falls euch etwas schon länger frustriert, könnte es sein, dass das jetzt aus euch rausbricht. Eure Worte sind sehr mächtig. Achtet gut drauf, niemanden zu verletzen. Auch Reisepläne oder die Gästeliste zu Weihnachten könnten sich noch spontan ändern und sowas mögt ihr ja eigentlich gar nicht. Bleibt gelassen und denkt nach. Dann könnt ihr ein freundliches Machtwort sprechen, das wieder Struktur in die Sache bringt. Oder übt euch mit Hilfe der 90-Sekunden-Regel in Gelassenheit. Ihr kriegt das schon hin. Denkplanet Merkur läuft am 23. Dezember zurück in den Schützen und in euer Familienhaus. Das hilft, die Dinge mit mehr Humor zu sehen. Wenn ihr auch mal über euch selbst lachen könnt, habt ihr schon gewonnen. Zum Jahresende am 27. Dezember haben wir dann noch einen wunderbaren Heilungsvollmond im gefühlvollen Krebs, an dem Chiron wieder direktläufig wird. Falls es wirklich Knatsch zu Weihnachten gegeben haben sollte, könnt ihr euch nun versöhnen. Ihr solltet die Zeit zwischen den Jahren auf jeden Fall euren Freundschaften und sozialen Kontakten widmen. Da kann es nämlich gut sein, dass die in den letzten Wochen ein bisschen zu kurz gekommen sind. Mit Optimismus und frischer Energie dürfen wir dann Silvester feiern, weil Liebesgöttin Venus am 29. Dezember in den fröhlichen Schützen wechselt. Das ist euer Heimatbereich. Vielleicht feiert ihr ja bei euch zu Hause ganz gemütlich oder gemeinsam mit der Familie. Achtet darauf, dass alle mithelfen und dass ihr euch beim Einladen und Absprechen nicht missversteht, denn Merkur ist ja noch rückläufig. Doch dank Jupiter dürfte die Stimmung gut sein. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr charmanten Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Im Dezember seid ihr geistig in Hochform und habt viele gute Ideen. Außerdem wirft der Kosmos ein Schlaglicht auf eure Beziehungen und eure Finanzen. Das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher habe ich noch einen bunten Korb mit Rabattgeschenken für euch. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau. Die ist ja schon im Angebot. Und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Im Dezember habt ihr wahrscheinlich so viele Pläne, dass ihr euch zügeln müsst, euch nicht zu viel vorzunehmen. Während beruflich noch jede Menge los ist, geht gleichzeitig auch viel Aufmerksamkeit in euren Familienbereich. So macht ihr euch Gedanken, ob und wie und wo ihr euch alle treffen wollt und wie ihr die Festtage am besten gestalten könnt. Mein Vorschlag wäre, dass ihr bis zum 13. Dezember beruflich Gas gebt und auch den Jahresabschluss noch fertig stellt, denn ihr bekommt jetzt noch richtig viel geschafft. Nutzt eure geistige Kraft, sei es für Werbeanzeigen, Verkaufsgespräche, Produktideen oder auch dann, wenn ihr therapeutisch tätig seid, denn eure Worte sind jetzt sehr wirksam. In der Liebe prickelt es noch bis zum 4. Dezember bei den Singles und wenn ihr fest liiert seid, ist der Zusammenhalt gut. Eure Herrscherin Venus wechselt am 4. Dezember in den Skorpion. Das ist bei euch der Finanzbereich. Insofern könnt ihr hier noch einiges reißen, zum Beispiel eine tolle Anschaffung. Vielleicht gibt es auch einen Bonus oder ihr führt schnell noch ein erfolgreiches Gehaltsgespräch. Hier ist vor allem die Zeit vom 5. bis zum 11. Dezember ideal. Die Venus unterstützt euch aber auch, wenn ihr zwischendurch bei ein wenig Wellness abschalten wollt. Gerne gemeinsam mit eurem Schatz. Und da solltet ihr ruhig die Initiative ergreifen, um euch gemeinsam zu verwöhnen. Das tut auch eurer Vitalität gut. Es ist nämlich durchaus angebracht, dass ihr auf eure Gesundheit achtet, denn die könnte Ende Dezember etwas schwächeln. Schaut also, dass ihr trotz aller Ideen genug Schlaf bekommt, viele Vitamine esst und Ansteckungsgefahren möglichst weiträumig aus dem Weg geht. Der Neumond am 13. Dezember im Schützen aktiviert weiterhin eure geistigen Kapazitäten, aber gleichzeitig wird Merkur rückläufig. Heißt, Überlegungen und Pläne richten sich nun eher nach innen. Ideal für eine schöne Neumond-Meditation. Am besten am 12. abends, also in der Nacht zum 13. Dezember. Die Konstellationen aktivieren auch heiler Chiron und Schicksalsanzeiger Mondknoten, die bei euch im Partnerhaus stehen. Ihr könnt den Neumond deshalb nutzen, um Energie in die Heilung einer Beziehungsangelegenheit zu lenken. In der Außenwelt kann der rückläufige Merkur nun etwas Sand ins Getriebe bringen. Bei euch könnte das die Familienplanung betreffen. Vielleicht ändert sich hier was oder jemand zieht eine Zusage zurück. Da heißt es, flexibel bleiben und sich nicht aufregen. Vielleicht habt ihr sogar eine zündende Idee, wie man die Weihnachtsplanung wieder hinbekommt, sodass alle zufrieden sind. Vielleicht erhaltet ihr auch eine finanzielle Nachricht, die euch zunächst beunruhigt. Aber eine solche Überraschung kann sich auch als positiv erweisen. Wenn ihr alleinstehend seid, könnt ihr eventuell am Arbeitsplatz einspringen und dafür einen satten Bonus einstreichen. Mit der Wintersonnenwende am 22. Dezember um 4.27 Uhr tritt die Sonne in den Steinbock ein und aktiviert eure Familienangelegenheiten und euer Heimatgefühl. Ihr werdet euch wohlfühlen, wenn ihr die Feiertage im Kreise eurer Lieben verbringen könnt. Solltet ihr alleinstehend sein, wird euch Lilith als innere Schamanen dabei unterstützen, eine spirituelle Verbindung zum Kosmos aufzubauen. Der Vollmond im Krebs in der Nacht zum 27. Dezember kann euch helfen, die Heimat in euch selbst zu finden und so eure Wurzeln zu stärken. Zu Vollmond wird außerdem heiler Chiron direktläufig und so zeigt sich vielleicht schon ein Fortschritt oder ein Durchbruch, falls es bei euch tatsächlich in der Beziehung etwas zu heilen gibt. Oder euer Partner macht dank eurer Unterstützung gesundheitliche Fortschritte, was eure Beziehung vertieft. All diese Themen könnt ihr in einer schönen Vollmond-Meditation stärken und anschauen. Gute Nachrichten gibt es zum Jahresende. Noch von der Venus. Die wechselt nämlich am 29. in den erfrischenden Schützen und gibt grünes Licht für Treffen mit netten Leuten und prickelnde Flirts. Das könnt ihr bei einer schönen Silvesterfeier zelebrieren und die Stimmung dürfte optimistisch sein. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch schöne Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr magischen Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Der Dezember verspricht euch eine unwiderstehliche sexy Ausstrahlung und viel Energie für eure Selbstliebe. Beruflich und privat werdet ihr eure Vorhaben gut umsetzen können, besonders in der ersten Monatshälfte. Aber es liegt auch Eifersucht in der Luft. Bevor wir uns das näher anschauen, habe ich noch einen Tipp für alle, die noch für sich selbst oder andere auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk sind. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau. Die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Zwischen dem 1. und dem 12. Dezember habt ihr eine tolle Phase für wichtige Gespräche und Termine. Kommunikationsplanet Merkur steht dann günstig für euch im seriösen Steinbock und verleiht euren Worten Gewicht und Überzeugungskraft. Falls ihr Jahresabschlusspräsentationen bei Kunden oder Meetings mit Chef oder Chefin vereinbaren wollt, macht es vor dem 13. Dezember. Merkur wird dann nämlich rückläufig und da kann es schon mal zu Missverständnissen oder plötzlichen Absagen kommen und dann wird es dieses Jahr vielleicht gar nichts mehr. Aber wenn die Termine stattfinden, könnten sie besser laufen, als ihr euch das vorstellt, weil Liebesgöttin Venus ab dem 4. Dezember und bis Jahresende durch euer Zeichen wandert und euch eine verführerische und überzeugende Energie schenkt. Singles, die auf der Suche nach jemandem sind, den sie Silvester um 12 küssen können, haben den ganzen Monat super Flirtchancen. Ihr vibriert vor Energie. Nur bei den Festliierten ist Vorsicht geboten. Venus im Skorpion ist nämlich auch eine sehr eifersüchtige Energie, die keinen Spaß versteht, wenn es um Besitzansprüche an den oder die Liebste geht. Wenn in euren Partnerschaften der Haussegen etwas schief hängen sollte, dann ist es bis Weihnachten auch eine knifflige Zeit. Venus stellt sich nämlich erst gegenüber von Jupiter zum 10. Dezember, wo es dann schnell mal zu überhöhten Ansprüchen kommen kann, zum Beispiel wenn es um die Planung der Feiertage und die Urlaubszeit geht. Da stellt sich dann Frust ein, wenn ihr erwartet, euer Schatz würde sich etwas Tolles ausdenken und dann passiert nichts. Am 13. Dezember haben wir dann den Neumond in eurem Nachbarzeichen Schütze und das fördert euren Optimismus und den Glauben an das Gute. Merkur wird am gleichen Tag rückläufig und wirkt in diesen Tagen besonders stark. Falls ihr eine Meditation zum Neumond durchführen wollt, gibt es kein schöneres Thema für euch als euren Selbstwert und eure Selbstliebe. Ihr verdient es, glücklich zu sein und geliebt zu werden. Ein wichtiger Schlüssel dafür ist, euch selbst zu lieben und wichtig zu nehmen. Am 22. Dezember haben wir dann die Wintersonnenwende und die Sonne wechselt in den geerdeten Steinbock. Für euch ist das eine schöne Zeit mit ernsthaften und gründlichen Gesprächen, die eurem Bedürfnis, den Dingen auf den Grund zu gehen, sehr entgegenkommt. Gleichzeitig steht Venus jetzt äußerst prickelnd gegenüber dem wilden Uranus in eurem Partnerhaus und das kann für eure Beziehungen sehr aufregend, möglicherweise aber auch stressig werden. Falls sich eine Spannung aufgebaut hat, wird die sich nun entladen und besonders heiß ist hier die Zeit vom 17. bis 22. Dezember. Im Idealfall könnt ihr die Hände nicht voneinander lassen und erlebt erotische Weihnachten, aber es könnte auch ein Drama geben, wenn ihr euch nicht versteht. Doch pünktlich zu Weihnachten trifft sich die Venus mit dem romantischen und spirituellen Neptun und dann wird alles wieder gut. Deshalb bleibt in den Tagen vorher gelassen und glaubt an die Liebe. Das auch deswegen, weil wir am 27. Dezember noch einen hochemotionalen Vollmond im Krebs haben, der für euch super schön steht und Wohltäter Jupiter in eurem Partnerhaus aktiviert. Den könnt ihr wunderbar zu zweit oder mit lieben Menschen genießen oder ihr widmet den Neumond eurer Gesundheit und Heilung, denn dafür stehen die Sterne nun auch sehr gut. Zu Silvester aktivieren die Sterne eure Beziehungen und Freundschaften. Glücksbringer Jupiter wird nämlich in eurem Partnerhaus direktläufig. Das ist ein guter Start in ein Jahr mit vielen angenehmen Kontakten. Nur euer Geld solltet ihr in diesen Tagen zusammenhalten, aber man kann ja auch Spaß haben, ohne dass es super teuer werden muss. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Dezember Geburtstag habt. Powerplanet Mars bleibt den ganzen Monat über auf eurer Seite und macht euch mutig und kämpferisch. Auch von den anderen Planeten bekommt ihr Besuch und profitiert als Glückskinder von ihren Geschenken. Und euch erwartet euer persönlicher Superneumond. Bevor wir uns das genauer ansehen, habe ich noch einen Tipp für alle von euch, die noch auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk sind. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau, die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Direkt am 1. Dezember wandert Kommunikationsplanet Merkur in euer Nachbarzeichen Steinbock und verleiht eurer Kommunikation eine ernsthafte Note, bei der es dann auch viel darum geht, was euch gut tut und was eurem Selbstwert dienlich ist. Merkur wird hier Mitte des Monats rückläufig und ich würde euch raten, alle wichtigen Termine, egal ob privat oder beruflich, in die erste Monatshälfte zu legen. Danach kann es zu Verzögerungen kommen und es wird schwierig, Projekte rechtzeitig vor dem Weihnachtsurlaub abzuschließen. Ab dem 4. Dezember kann es in der Liebe ein bisschen ruhiger werden. Vielleicht richtet sich euer Fokus auch mehr auf die spirituelle Liebe oder ihr schwärmt für jemanden, offenbart euch aber nicht. Gleichzeitig macht euch Mars draufgängerisch und impulsiv, sodass ihr hin und her schwankt zwischen großer Sensibilität und dem Wunsch, mit der Tür ins Haus zu fallen. Vielleicht macht ihr euch auch große Hoffnungen, die wieder enttäuscht werden oder es kommt zu plötzlichen überstürzten Entscheidungen. Hier kann euch die 90-Sekunden-Regel sehr helfen, euch zu beruhigen und das Richtige zu tun. Und zieht euer Sportprogramm durch, egal wie hektisch der Monat ist. Ausgleich durch Bewegung ist super wichtig, damit ihr produktive Kanäle für eure Energie findet. Am 13. Dezember haben wir dann den wichtigsten Neumond des Jahres für euch in eurem Zeichen und gleichzeitig wird Merkur rückläufig. An diesem Tag legt ihr nicht nur den Samen für den kommenden Mondzyklus, sondern für euer ganzes Lebensjahr. Krieger Mars wird euch dabei helfen, alle Ziele, die ihr verwirklichen wollt, mutig in Angriff zu nehmen. Er versorgt euch mit viel Energie, also schreibt eure Ziele auf oder gestaltet vielleicht ein Vision Board. Wo wollt ihr in zwölf Monaten in eurem Leben sein? Mit dem rückläufigen Merkur denkt ihr vielleicht in eine neue oder andere Richtung als bisher und bezieht auch eure Vergangenheit mit ein. Behaltet eure Ideen erstmal für euch selbst und lasst sie ein bisschen sacken, bis Merkur Anfang Januar wieder direkt läuft. Und wenn ihr zum Geburtstag einladet, achtet darauf, dass alle auch ihre Einladung bekommen und dass es keine Missverständnisse um Zeit und Ort der Fete gibt. Am 22. Dezember haben wir dann die Wintersonnenwende und die Sonne wechselt in euer Nachbarzeichen Steinbock. Gemeinsam mit Jupiter stärkt sie nun eure Gesundheit, sodass ihr sogar mögliche Erkältungen recht schnell wieder überwindet. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, wenn es rund um Weihnachten ein wenig hektisch wird und vielleicht sogar Meinungsverschiedenheiten gibt. Das wird durch schöne, spirituelle Konstellationen ausgeglichen und ihr erkennt, dass es Weihnachten nicht nur um euch selbst geht, sondern auch um das, was ihr für eure Lieben tun könnt und was sie euch bedeuten. Merkur wechselt am 23. Dezember nochmal zurück in euer Zeichen und nimmt die Verbissenheit aus vielleicht angespannten Situationen und hilft euch humorvoll zu denken und zu kommunizieren. Zum großen Jahresfinale haben wir dann noch den Vollmond im gefühlvollen Zeichen Krebs und der verwundete Heiler Chiron wird gleichzeitig direktläufig und das Ganze in der Nacht zum 27. Dezember. Das deute ich als große Chance, dass Konflikte aus den letzten Wochen sich auflösen können und bei dem einen oder anderen vielleicht sogar in einer neuen Form der Verbindlichkeit in euren Beziehungen. Am 29. Dezember besucht euch Liebesgöttin Venus für die nächsten drei Wochen und euer Herrscher Jupiter läuft pünktlich zu Silvester wieder direkt. Das verspricht gute Stimmung zum Jahreswechsel. Wer zu Silvester Lotto spielen möchte, sollte das auf jeden Fall machen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Schütze, egal ob Single oder liiert, ohne Neujahrskuss ins neue Jahr startet. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr seriösen Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Dezember Geburtstag habt. Ein produktiver Monat erwartet euch und zu Weihnachten schenkt euch der Kosmos besondere Konstellationen, um in der Familie etwas zu heilen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp, was ihr euch zum Geburtstag wünschen oder selbst verschenken könntet. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau. Die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Der Monat startet mit günstigen und produktiven Einflüssen für euch. Wundert euch allerdings nicht, wenn ihr gelegentlich müde seid, denn Powerplanet Mars hat sich für euch ein bisschen zurückgezogen. Nehmt euch gegebenenfalls genug Zeit zum Ausruhen und Schlafen. Aber mental seid ihr stark, denn Denker Merkur besucht euer Zeichen und hilft euch beim Konzentrieren und Verhandeln. Er wird allerdings am 13. Dezember rückläufig, deshalb erledigt wichtige Projekte oder Abschlüsse am besten noch vorher. Für finanzielle Angelegenheiten ist die Zeit zwischen dem 5. und dem 11. Dezember am günstigsten. Ab dem 4. Dezember unterstützt Liebesgöttin Venus auch euer berufliches und finanzielles Netzwerk sowie auch Aktivitäten mit Freundinnen. Nehmt berufliche Weihnachtsfeiern mit, da können sich noch sehr interessante Perspektiven ergeben. Auch ein prickelnder Flirt kann hier entstehen, der sich recht explosiv entwickeln kann. Achtet deshalb darauf, dass die Gefühle anderer nicht verletzt werden und dass deshalb kein Stress im Team entsteht. Insgesamt gibt der Dezember in der Liebe einiges her. Singles, die einen neuen Flirt suchen, können fündig werden. Die Festliierten dürfen selbst die Initiative ergreifen, wenn sie mit ihrem Schatz kuscheln möchten. Es liegt ein bisschen in eurer Hand, dafür zu sorgen, dass ihr eure gesamte Energie nicht nur in eure persönlichen und beruflichen Ziele steckt, sondern auch noch Zeit für Privates bleibt. Die Wende bringt hier der Neumond in der Nacht zum 13. Dezember im Schützen, der für euch sehr spirituell steht und den Wunsch nach Rückzug und Heilung weckt. Ihr könntet zum Beispiel in einem Ritual Kräfte in ein Thema lenken, das der Heilung bedarf. Das könnte mit der Familie zusammenhängen und betrifft vielleicht auch die Weihnachtsplanung. Gibt es hier jemanden, um den ihr euch kümmern müsst? Der Neumond lässt euch den spirituellen Sinn in dieser Aufgabe erkennen und ihr könnt ihn natürlich auch nutzen, um schon mal über eure Pläne und Wünsche für euer bald beginnendes neues Lebensjahr zu meditieren. Mit dem Neumond wird wie gesagt auch der Merkur rückläufig, aber ihr seid trotzdem weiterhin besonders inspiriert. Haltet eure Ideen schriftlich fest, die können sich noch als sehr wertvoll erweisen. Achtet nur in der Außenwelt darauf, dass es keine Missverständnisse gibt, zum Beispiel wenn ihr zum Geburtstag einladet. Die Steinbock-Saison beginnt dieses Jahr am 22. Dezember um genau 4 Uhr 27 mit der Wintersonnenwende. Fast alle Planeten stehen nun günstig für euch und ihr könnt euch auf ein produktives neues Lebensjahr freuen. Die Weihnachtshektik wird euch wahrscheinlich nicht aus der Ruhe bringen. Vermutlich lassen sich eure Lieben sogar die eine oder andere nette Überraschung für euch einfallen. Und es könnte euch sogar gelingen, mal ein bisschen Abstand zu Job und Karriere zu bekommen und euch tatsächlich auch ein bisschen zu erholen und zurückzuziehen. Auch für die spirituellen Steinböcke sind die Weihnachtstage sehr erfüllend. Mit dem Vollmond in der Nacht zum 27. Dezember in eurem Partnerhaus Krebs fängt es in der Liebe wieder an zu prickeln. Vielleicht kommt auch eine neue Energie in einen Flirt, den ihr bereits angefangen hattet. Feste Beziehungen fühlen sich kuschelig und stabil an. Chiron im Bereich eurer Familie und Herkunft wird zugleich direktläufig, sodass auch das Thema Heilung einer Familienangelegenheit neue Energie erhält. Ihr solltet euch rund um diesen Vollmond auf jeden Fall Zeit für die Liebe und eure Beziehungen nehmen. Wenn ihr an dem Tag Geburtstag habt, wird es ein super schönes Beziehungsjahr. Zu Silvester würde sich natürlich auch eine Geburtstagsparty anbieten, wenn es vom Datum her passt. Generell stehen die Sterne recht positiv zum Jahresabschluss. Wenn ihr alleinstehend seid, schenkt euch die Venus, die am 29. Dezember durch den Schützen läuft, eine besonders schöne Verbindung zur geistigen Welt. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch alles Gute, wunderschöne und erholsame Feiertage und natürlich alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Der Monat hält einige Aufregungen im Beruf bereit und ihr habt garantiert auch Spaß mit netten Leuten und auf Weihnachtsfeiern. Zu Weihnachten ist euch dann mehr nach Ruhe und Rückzug zumute. Habt ihr schon Ideen für eure Weihnachtsgeschenke? Falls nicht, habe ich hier noch einen Tipp für euch und dann schauen wir in eure Sterne. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau, die ist ja schon im Angebot. Und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Ihr startet schwungvoll in den Monat. Trotzdem kann es sein, dass ihr etwas mehr Zeit und Ruhe als sonst zum Nachdenken braucht. Und die solltet ihr euch auch nehmen. Wenn ihr im Team arbeitet oder mit sozialen Medien zu tun habt oder vielleicht in einem Verein ehrenamtliche Weihnachtsaktionen vorbereitet, macht das alles richtig Spaß. Einziger Wermutstropfen könnte sein, dass euer fester Schatz sich dadurch ein bisschen zurückgesetzt fühlt. Vielleicht könnt ihr ihn oder sie mit einbinden. Es lohnt sich, Misstöne zu vermeiden, denn eigentlich ist euer Zusammenhalt sehr gut und ihr könnt von eurem Herz allerliebsten auch noch gute Impulse bei beruflichen Entscheidungen erhalten. Also sprecht über alles. Die Singles unter euch beginnen jetzt im Dezember eventuell noch ein Büroflirt, denn ab dem 4. Dezember bringt die Venus im Skorpion Liebesimpulse in euer Karrierehaus. In dem kurzen Zeitfenster zwischen dem 5. und dem 11. Dezember könnt ihr noch hervorragende finanzielle Absprachen treffen, vielleicht sogar noch ein positives Gehaltsgespräch führen. Achtet nur darauf, dass ihr nicht zu hohe Forderungen stellt. Vielleicht melden Familienmitglieder Bedürfnisse an oder ihr würdet euch gerne ein etwas teures Technisches für euer Heim kaufen. Das kann euch dazu verleiten, übertriebene Geldforderungen zu stellen oder einen Kredit aufzunehmen. Wenn ihr aber im vernünftigen Rahmen bleibt, könnt ihr zu einem günstigen Abschluss kommen. Ob beruflich oder finanziell, wichtige Vorhaben solltet ihr möglichst noch vor dem 13. Dezember unter Dach und Fach bringen, denn dann wird Merkur rückläufig. Am gleichen Tag haben wir den Neumond im Schützen, der eure Energie in eure Freundschaften und soziale Aktivitäten lenkt und gleichzeitig das Thema Heilung anspricht. Gut möglich, dass ihr gar nicht zu meditieren kommt, sondern euch stattdessen im netten Kreis mit lustigen Menschen auf einer Weihnachtsfeier amüsiert. Doch auch wenn ihr allein für euch seid, ist das ein sehr schöner und spiritueller Neumond, denn ihr könnt euch besonders gut mit der geistigen Welt verbinden. In den Tagen bis Weihnachten kommt dann eine nervöse Spannung auf. Vielleicht durchkreuzt ein Familienmitglied die Weihnachtspläne oder ihr werdet spontan für eine Urlaubsvertretung über die Feiertage angefragt und das macht alle, die davon betroffen sind, ganz wuschig. Dann heißt es cool bleiben und genau durchdenken, ob sich das lohnt. Die Spannung legt sich nämlich zu Weihnachten wieder und wahrscheinlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Vorher haben wir aber noch die Wintersonnenwende am 22. Dezember morgens um 4.27 Uhr und damit beginnt dann die Steinbock-Saison. Die Sonne zieht sich dann in euer zwölftes Haus zurück und das ist ideal für alle, die spirituell arbeiten oder zum Beispiel in aller Ruhe die Rauhnächte zelebrieren möchten. Aber keine Angst, wenn ihr ein aktives Weihnachten vorhabt, Powerplanet Mars ist für euch da und schenkt euch Kraft und Schwung, vor allem für Aktivitäten mit Freunden oder in euren sozialen Gruppen. Hier müsst ihr nur darauf achten, dass es bei Absprachen und Verabredungen nicht zu Missverständnissen kommt. Solltet ihr Weihnachten in trauter Runde mit der Familie feiern, könnt ihr euch dabei sogar ein bisschen erholen und die Batterien wieder aufladen. Der Vollmond in der Nacht zum 27. Dezember im Krebs aktiviert den Bereich für eure mentale und körperliche Gesundheit und lädt dazu ein, euch ein bisschen Wellness für Körper, Seele und Geist zu gönnen. Zum Beispiel Sauna und anschließend raus in den Schnee, wenn welcher liegt. Zum Jahresende wird es nochmal richtig lustig und originell. Die Venus geht am 29. Dezember in den fröhlichen Schützen und zu Silvester wird Jupiter direktläufig. Beides weist darauf hin, dass optimistische Schwingungen herrschen. Ihr könnt entweder viel Spaß mit Gleichgesinnten haben oder einen magischen und spirituellen Jahresausklang zelebrieren, ganz wie es euch gefällt. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Sinnlich und verführerisch wird es für euch fast den ganzen Monat über und die Sterne schicken euch Fernweh und Lust darauf, neue Dinge auszuprobieren. Allerdings habt ihr wahrscheinlich noch ziemlich volle Schreibtische bis zu den Feiertagen. Bevor wir uns das genauer ansehen, habe ich noch einen Tipp für alle, die sich selbst oder ihren Liebsten eine kosmische Freude zu Weihnachten machen möchten. Damit ihr euch zum Fest etwas Schönes zum Wünschen und Verschenken aussuchen könnt, habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Ab jetzt und bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope, außer der Jahresvorschau, die ist ja schon im Angebot und darauf bekommt ihr sogar 20%. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Da könnt ihr in Ruhe schauen, was euch interessiert. Ich hoffe, da ist für jeden was dabei. Im Dezember habt ihr bestimmt viel zu tun, denn Kämpfer Mars steht in eurem Karrierehaus. Da sind die Schreibtische voll und die Konferenzräume laut. Und es kann gut sein, dass ihr das als recht stressig empfindet. Nehmt euch vor, euch nicht vom ruppigen Ton oder übertriebenen Forderungen eurer Vorgesetzten ärgern zu lassen. Dabei hilft euch die 90-Sekunden-Regel. Der Austausch mit guten Freunden und soziale Weihnachtsaktivitäten tun euch dagegen richtig gut. Ab dem 4. Dezember schenkt euch Liebesgöttin Venus aus dem sinnlichen Skorpion heraus viel Leidenschaft und eine erotische Aura. Singles könnten jetzt auf Reisen oder bei kulturellen Veranstaltungen jemanden kennenlernen, aber für alle Festliierten liegt ein Hauch von Eifersucht in der Luft. Achtet darauf, extra Kuschelzeit mit eurem Schatz einzuplanen und eure sinnliche Stimmung mit eurem Liebsten auszuleben. Die Stimmung wird im Laufe des Monats immer intensiver und prickelnder. Es besteht aber auch die Gefahr von Frust, weil ihr oder eure Liebsten zu hohe Erwartungen hegen, wenn es auf die Feiertage zugeht. Bleibt hier ausgeglichen. Spannend für euch wird der Neumond im feurigen Schützen am 13. Dezember, wenn es um eure Karriere und euren Seelenweg geht. Da kann noch mal richtig viel los sein bei euch im Job. Es ist aber auch ein super Zeitpunkt, um in einer Neumond-Meditation über eure wahre Berufung nachzudenken. Folgt ihr bei eurer Karriere auch dem Weg eurer Seele? Geht dieser Frage in einer Meditation nach oder schreibt darüber und lasst euch vom Kosmos helfen. Merkur wird am gleichen Tag rückläufig. Das lenkt die Gedanken nach innen. Allerdings sind nun bis Weihnachten Missverständnisse mit euren Freunden oder Vereinen möglich. Schreibt euch alles am besten direkt in euren Kalender, damit ihr nichts vergesst oder aus Versehen zwei Termine für den gleichen Tag vereinbart. Am 22. Dezember wechselt die Sonne dann in den verlässlichen Steinbock und wir feiern Jul, die Wintersonnenwende. Es liegt dann für einige Tage eine nervöse Stimmung in der Luft. Falls sich eure Pläne für die Feiertage ändern, vielleicht die Gästeliste oder eure Reiseroute, lasst euch davon nicht verrückt machen. Genau zu Weihnachten verbindet sich Venus mit dem spirituellen Neptun, mit eurem Herrscher und das ist eine schöne und liebevolle Energie, mit der ihr voll und ganz in Resonanz gehen könnt. Aber nicht, dass man euch kurz vor Weihnachten anruft und um eine Urlaubsvertretung anfragt. Das könnte nämlich passieren oder es wird nochmal hektisch im Job. Geht auf Abstand, so gut ihr könnt und besteht auf euren wohlverdienten Urlaub. Kurz nach Weihnachten schenkt euch der Kosmos noch einen wundervollen, energetisierenden Vollmond im gefühlvollen Krebs in der Nacht zum 27. Dezember. Heiler Chiron wird dann auch wieder direktläufig und ihr seid super kreativ. Lasst eure Emotionen am besten in Kunstprojekte fließen und gebt euch vollkommen dem Fühlen hin. Ihr habt es euch nach den ruppigen Wochen mehr als verdient, tolle Stunden mit euren Freunden oder alleine zu verbringen. Hauptsache euer Herz leuchtet vor Freude. Die Konstellationen für den Jahreswechsel sind dieses Jahr spannend, weil Liebesgöttin Venus am 29. Dezember in den feurigen Schützen wechselt und damit die Lust auf Flirten und Feiern deutlich ankurbelt. Wenn ihr mit Kollegen Silvester feiert oder sie zufällig trefft, kann es jetzt mit jemandem von der Arbeit ordentlich knistern. Aber denkt dran, ihr seht euch nüchtern im neuen Jahr wieder am Schreibtisch. Pünktlich zum 31. Dezember wird Jupiter direktläufig. Kauft euch doch mal ein Lotterielos und fordert das Glück ein bisschen heraus. Der Wohltäter unter den Planeten schenkt euch einen optimistischen Start ins neue Jahr und viel Spaß und tolle Gespräche in der Silvesternacht. Das waren eure Tendenzen im Dezember. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und alles Gute mit den Sternen. Zum Schluss kommt hier wie immer mein Serviceteil mit dem Gewinnspiel Neuigkeiten und diesmal mit Tipps für Weihnachtsgeschenke. Falls ihr euch eine persönliche Jahresvorschau wünscht, die über das Sternzeichenhoroskop hinausgeht, dann könnt ihr ein ganz individuelles und persönliches Beratungsgespräch bei mir buchen. Allerdings gibt es da eine lange Wartezeit. Ansonsten kommt für euch vielleicht auch ein schriftliches Horoskop als PDF in Frage. Denn auch darin kann ich sämtliche Planeten eures Geburtshoroskops mit berücksichtigen. Und das Tollste ist, bis Weihnachten bekommt ihr 10% Rabatt auf alle schriftlichen Horoskope als PDF und auf die persönliche Jahresvorschau sogar 20% Rabatt. Ihr findet alle meine Produkte auf der Homepage und den Link zum Angebot schreibe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung bzw. die Shownotes. Das Datum des nächsten Livestreams hat sich leicht verschoben und zwar auf den 11. Dezember. Das ist noch rechtzeitig für eine schöne Aufrufung zum Neumond am 13. Dezember. Außerdem werden wir dann in das wichtige Quartalshoroskop der Wintersonnenwende schauen. Im Livestream gibt es auch immer ein Gewinnspiel. Dazu meldet euch bitte vorher an und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel des Monats. So gewinnt ihr ein Jahrbuch 2024 mit persönlicher Widmung. Schreibt mir hier einen netten und konstruktiven Kommentar, zum Beispiel ob euch meine Vorhersagen nützlich sind und wie es euch mit den Konstellationen so ergeht. Gewinnen können alle meine treuen und neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Deshalb, falls noch nicht geschehen, abonniert jetzt noch meinen Kanal und vergesst auch nicht, das Glöckchen für die Benachrichtigung zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Abschluss empfehle ich euch noch das Video So wird dein Jahr 2024 mit dem Einblick in mein Jahrbuch für alle Sternzeichen. Und auch das Karma-Thema ist weiterhin aktuell. Nun wünsche ich euch wundervolle Feiertage und einen schönen Übergang ins neue Jahr. Alles Gute mit den Sternen!